Das ist alles halt so ein bisschen hektisch, weil ich mich so freue. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, meine Kartoffelfreunde, Quick Survival Games. Ich wollte in dieser Folge nur mal ganz kurz was ansprechen, und zwar meine neue Webcam. Ich habe mir eine neue Webcam gegönnt, und zwar die C920 von Logitech. Und ja, ich muss einfach sagen, ich bin jetzt schon verliebt in diese Webcam, weil... Ich meine, guckt euch mal dieses Format an, beziehungsweise... Nicht dieses Format, sondern eher diese Qualität, weißt du, das ist ja unglaublich. Ohne Scheiß, das ist so hammerhart. Ich feiere die richtig, diese scheiß Webcam, ey. Ohne Witz. Die brauche ich, das brauche ich so. Und ich habe mir dazu eben auch noch spontan überlegt, komm, machst du dir da selbst noch eine Web... Eine Webcam. Eine Softbox dazu, und zwar habe ich meine Lampe, die ich immer sonst benutzt habe, mal hinter mein Dingens gestellt, damit das Licht einen besseren Einfallswinkel hat. Und durch diesen besseren Einfallswinkel sind hier natürlich auch weniger Schatten. Und dadurch, dass ich weniger Schatten habe... So, und eins, und zwei, und... Ach, Junge, bleib doch mal hier. Und dadurch, dass ich... Hä? Habe ich kein Internet mehr? Leckt er? Leckt ich? Hallo? Ah, ich habe ihn getötet. Okay, dann hat wohl er geleckt. Oder der ganze Server. Na, auf jeden Fall, ähm... Weil es ist halt so genial. Ich habe jetzt halt direkt hinter die Kamera gemacht und da ein Papier vorgehängt. Und dadurch sieht das auf jeden Fall viel mehr besser aus, weil das blendet mich nicht so. Und das Licht sieht allgemein etwas weicher aus. Und das freut mich auf jeden Fall extrem. Wo bist du? Ha! Nein, 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 nein. Ach, egal, komm. Das soll es gewesen sein. Obwohl, nein, das soll es nicht gewesen sein. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Ich mache eine noch hinten dran. Und... Willkommen zurück zur zweiten Folge. Zweiten Runde. Das ist alles halt so ein bisschen hektisch, weil ich mich so freue wegen der neuen Webcam. Also, das ist echt genial. Und naja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier neue Webcam, neue Grafikkarte. Und meiner YouTube-Karriere steht jetzt nichts mehr im Wege, ne? Und, ähm... Ja, Full Rüstung haben wir schon hier. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt... ... dermaßen hochqualitative Videos bringen. Das glaubt ihr gar nicht. Ich kann jetzt in Full HD alles aufnehmen. Ich kann... Ähm... Ja, also es ist wirklich alles lagfrei. 60 FPS wird alles aufgenommen. HD. Fast beste... Ja, eigentlich mit... Immer fast beste Grafikeinstellungen. Kannst du mal sterben. Danke. So. Dann können wir die nehmen. Dann können wir das nehmen. Das kommt noch zwei. Das kommt noch drei. Huch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So, wir campen uns jetzt erstmal hier ein bisschen hin, weil ich camp auch ab zu sterben. Ähm... Ja, auf jeden Fall... Werdet ihr... Werden die zukünftigen Let's Plays jetzt immer mit dieser... Selbstgebauten Softbox und der neuen Facecam kommen. So, dass ihr mich auch mal in HD seht. Hallo. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall... Finde ich es echt geil. Weil diese Webcam... Hat echt so viel drauf. Ich meine, meine alte, das war einfach nur so eine... Ich glaube 640 Pixel... Webcam. Und, äh... Die konnte wirklich gar nichts. Jetzt müssen wir hier aber noch das, äh... Da ist sie. So, das kann auch weg. Das, 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 das. So, Essen haben wir auch genug. Zack. Guck mal, die Runde könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Ich glaube schon, dass wir mit am besten ausgerüstet sind. Ich weiß jetzt nicht, wer das, äh... Eisenschwert hat. Also es gibt ja, glaube ich, immer ein, zwei Eisenschwerter in einem Spiel. Aber, ähm... Das soll uns nicht stören. Denn wir haben Full Iron und Dia-Rüstung. Guck mal, da haben wir ihn doch einmal getroffen. Ah, fuck, jetzt verpisst er sich doch noch. Naja, okay, gut. Ähm, und auf jeden Fall werde ich jetzt, meine, oder werden meine Let's Plays jetzt alle in, alles in HD kommen. Also das Geile, eigentlich, das Mitgeizte an dieser Webcam ist eigentlich, dass die einen Autofokus hat. Das heißt, wenn ich jetzt meine Hand direkt in die Webcam halte... Guck mal, jetzt hat er Angst. Guck mal, jetzt hat er Angst. Also das Video gefallen hat, ähm, um mal hier, um euch zu zeigen, dass hier beobachten wir dieses Ultra... Zack, das ist hier mein Shader. Um euch mal zu zeigen, dass es hier auch alles, alles super duper funktioniert. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und, äh... Kartoffelsalat, ne? Tschüss.